Wie man schon unscheinbar erkennen kann, stehe ich hier vor einem Teddy und das ist bei uns im Umkreis auf jeden Fall mit der größten Teddy. Wir gehen rein. Hier haben wir auf jeden Fall jede Menge, jede Menge Küsten, die uns hier erwarten. Was hängen welche? Also hier ist der Dächer. Das ist das reinste Paradies. Ich würde sagen, wir schauen mal hier komplett durch. Und mal wieder ein Twillige mit dem Start. Den ersten Schmack gefunden für heute. Ja. Mega geil. Ja. 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 Ich bin gerne. Ich habe noch nicht gesehen. Ich bin nicht auf die Uhr. Nee. Ja, okay. Ich hätte so gedacht, dass hier so ein Ländlichen, dass da... Neue Öffnung. Wohllung. Da hatte einer Glück. Okay. Da habe ich hier einen Sohn gemacht. Okay. Ja, du hast auch schon öfter gesehen. Einer macht einen kürzeren Stand immer. Genau. Der hatte da einen Superflegeramt gefunden. Okay. Das andere war das Volk. Verrückt. Das erste Mal, dass ich jemanden begegnet habe. Und hier in Wolofka, da hat ja einer eine Treasurerhand. Hier, der Filialleiter meinte. Hier, du suchst doch bestimmt das hier, ne? Ja. Hat ihm ja einer die Hand gebrüht. Das hat er gehabt. Oh, Mann. Ja, genau. Ich habe mich gefragt. Und hat einer schon durchsucht? Ja, da kommt einer regelmäßig. Bist du das wahrscheinlich, ja? Ab und zu. Okay. Jetzt ist doch schon so alles vier, fünf Wochen da. Ja, nee. Ist schon lustig. Okay, hier ist aber, glaube ich, auch nicht so viel. Bist du denn da so mit drin, dass du genau weißt, welches Case aktuell es kaufen soll? Nee, egal. Ich habe das durch Zufall jetzt gesehen. Ich habe die einfach so gesammelt, diese Dinger, weil die kosten ja nicht viel. Ja, kann man so. Sowas interessiert mich überhaupt nicht. Also ich sammle nur diese coolen Autos. Ja. Also die richtigen. Also keine Fantasy-Cars halt. Genau, keine Fantasy-Cars. Und jetzt auch nicht unbedingt sowas hier reizt mich jetzt auch nicht so ein langweiliges Ding, sondern so aus der Kindheit, was man da immer so gesehen hat. Legenden und sowas, die Supersportwagen. Und erst neulich erfahren hier, da gibt es ja auch diese Treasure-Geschichten und sowas. Da habe ich erstmal meine Sammlung durchsucht und dann habe ich keinen dabei gehabt. Ja. Weil hast du vorher nicht drauf geachtet. Ja. Ja. Und da sind wir hier. Leider Gasprobleme in den weiteren Aufnahmen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch nicht vorenthalten, was ich denn so mitgenommen habe. Ihr habt den Trail Shunt gesehen. Ähm. Ja. Es war der gute Tuliken. Den hatten wir schon im letzten Video schon gefunden, dass er das Video noch nicht gesehen hat. Wird hier oben noch einmal verlinkt. Und ja. Den guten Tuliken haben wir das letzte Mal schon gefunden. Das heißt, den haben wir jetzt doppelt. Und ja. Weiteres, weil ich mitgenommen habe, habe ich jetzt, ja. Wie gesagt, ist die Aufnahme leider flöten gegangen. Aber. Es war jetzt erstmal auch nichts spektakuläres dabei. Es war kein Trashout mehr dabei. Aber. Ähm. Ich habe halt nochmal so zweitesweise mitgenommen. Und zum Beispiel jetzt nichts besonderes. Haben wir hier einmal einen Longquart, einen Porsche Panamera. Ganz einfach nichts wildes. Also wir haben einmal den Porsche. Und den Tulikans. Und also. Ja. Ist jetzt nichts spektakuläres. Habt jetzt nichts verpasst. Eigentlich mit den Aufnahmen. Haben. Aber jetzt hier. Apropos spektakulär. Ähm. Was mir dann so ins Auge gefallen ist. Was mir gefallen hat. War halt ein Premium-Modell. Und zwar aus der Hot Wheels Culture Serie. Haben wir hier einmal spektakuläre. Also spektakuläre. Also spektakuläre. Ja. Lamborghini. Contax. Hat mir sehr gefallen. Wollt ich gerne mitnehmen. Und. Ja. Keine Beschädigung ist hier irgendwie an der Karte oder so. Also. Guter Zustand. Auf jeden Fall. Und. Ja. Das habe ich dann noch mitgenommen. Was ihr aber im Video gesehen habt. Was ich in der Hand hatte. Und. Habe ich auch mitgenommen. War es. Ein weiteres Premium-Modell. Und zwar hier. Aus dem. Hot Wheels Boulevard Serie. Haben wir hier einen. Porsche AMGT4. Farbe. Finde ich einfach genial. Ein weiteres Premium-Modell. Ja. Wollte ich gerne mitnehmen. Habe ich mitgenommen. Und. Fällt mir. Und. Ja. Wie gesagt. Hier ist jetzt nichts spektakuläres eigentlich. Wir haben nur einen Trash Hunt dieses Mal. Aber. Ja. Besser als gar keinen. Muss sagen. Hier die beiden. Gefallen mir auf jeden Fall sehr gut. Und. Ja. Das ist so meine Ausbeute jetzt. Aus diesem Video. Keine Sorge. Es folgt auch schnellstmöglich. Hoffentlich hoffentlich in. Ein weiteres Video. Also. Ein weiteres. Weiteres. Weiteres Hunting Video. Und. Lasst gerne ein Abo da. Lasst gerne ein Like da. Wenn euch das Video gefallen hat. Fand es ziemlich amüsant. Einen weiteren Sammler zu finden. Äh. Zu treffen. Unterwegs. War schon ziemlich amüsant. Oh. Schön mal mit jemandem. Kurz über das Thema zu schnappen. Hat mir gefallen. Und. Ja. Lasst gerne ein Abo da. Lasst gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.